so mal gucken ob wir gleich mal anfangen ich grüße euch gucken ob irgendeiner kommt aber wenn ihr das auch nicht schlimm könnt ihr euch wird ja später angucken und zwar geht es darum und schon mal die kopfhörer raus ich hoffe man hört also es geht heute auf jeden fall um gerisch gerisch ist eigentlich im prinzip für viele ein unkraut aber ich finde das so spannend die natur gibt uns so viele dinge auch jetzt hier an natürlichen sachen das hier wäre jetzt gerisch könnte ganz ganz einfach erkennen gerisch kommt immer im dreier packt das heißt 33 blätter sind immer zusammen das ist halt gerisch hatten sehr hohen vitamin c anteil 15 mal höher als kopf salat zum beispiel und wenn ihr das in den fingern zerreift ist es so ein bisschen wie die petersilie 80 heike grüß dich wir sehen uns gleich kannst du gleich direkt testen was ich jetzt hier koche beziehungsweise mit dem gerisch kann ich euch noch gar nicht so wirklich sagen da kommt immer so zu inspiration was gerade so kommt ich habe mich geschaut ob das programm inspiration weil ich ein spinnst jesse ein bisschen aufgedreht programm frequenzen inspiration und janina ist auch mit dabei janina kannst gleich runterkommen gibt etwas zu essen und zwar habe ich jetzt hier mal ganz viel girisch gesammelt hier ich werde mal mit euch ab wiegen wie viele tipps ist als erstes möchte ich aber erst mal eine zwiebel mit rein geben die geben wir jetzt erst mal hier mit rein zerkleinern die ganz kurz ich würde so sagen zwei drei sekunden auf stufe fünf das ganze lassen wir dann so ein bisschen ansonsten manchmal so spannend weil ich denke mir manchmal da sind so viele die gehen live mit irgendeinem scheiß mit hier wo sie wo sie am butterbrot essen essen sind und so ein mist da da kannst du auch mal jetzt live gehen mit irgendwas vernünftigen irgendwann wenn ich auch mal live gehen jetzt hier da werde ich euch mal hier ein paar sachen noch zeigen oder sagen auch jetzt hier mit den frequenzen weil das auch so ein wahnsinn spannendes thema hat auch viel mit natur zu tun mit der liebe überhaupt zur natur und so weiter und heike da wirst du gleich sehen gleich werden wir das nämlich auch testen mit dir ein paar frequenzen aber jetzt geht erstmal hier um diese verarbeitung von dem kirsch also ich hab den jetzt auch gewaschen das heißt du kannst den kirsch ja der war halt gelb vom vom von dem bluten staub unser haker staub und so weiter ach die maria maria ist auch mit bei hier gerade maria denn die so eine geniale frau die hat so viele erlebnisse in punkto landwirtschaft und frequenzen über das mega maria ich liebe dich mit einem tollen beiträger in den in der in der landwirtschaft geil absolut genial so jetzt lassen wir erst mal die zwiebel so ein kleines bisschen andünsten und dann mal gucken wie viel mir dazu geben ich hab mir dann überlegt es kommt auch jetzt chili und paprika noch dazu vielleicht etwas zitronensaft selbst gemachtes gemüsepüller den hatte ich jetzt auch noch ich denke das ist eigentlich auch nicht verkehrt das ist schwarzer sesam den hatte ich mal aus der türkei mitgebracht sieht übrigens total klasse aus wenn ihr brattkartoffeln macht und gibt dann den schwarzen sesam mit dabei im prinzip gerösteter sesam schmeckt aber ganz toll jemals sieht auch so jemals kennt schwarzen sesam habt ihr nämlich immer auf dem döner da kriegt der leckeren döner beim jemals in adenlohn prudenz dann kommt hier noch kommen körner noch mit dazu ich habe mir überlegt wir machen dann so eine art pesto ja guck mal ab und pesto mit dem durch machen wir entwickeln einfach jetzt ein neues rezept wenn es schmeckt ist okay wenn es nicht schmeckt ja dann war es eben so ich habe jetzt mal die zwiebelchen so ein bisschen angehen lassen jetzt geben wir dazu schwarzen sesam mal gucken wie viel wir jetzt dazu geben ich denke mal das passt ganz gut dazu dann machen wir halt also so einfach dass man mit zehn gramm dann geben wir natürlich noch von diesem chili pfeffer denn hatte ich auch mal irgendwo gekauft da haben wir jetzt noch fünf gramm kann man sich besser merken dann jetzt denke ich denke mal sind drei hände voll jetzt noch ein bisschen drin also 100 gramm kriege ich jetzt nicht zusammen 69 gramm 70 gramm 70 ist auf jeden fall der topf bis hier oben hin voll so dann geben wir jetzt noch dazu ich schreib mit weil ich weiß nicht was ich da rein machen jetzt geben wir noch mit dabei hildegard grüß dich die kreieren gerade was neues start wenn er mich hier eben jeder geht mit irgendeinem mist live da kann ich mit so einem mist ja auch mal live gehen vor allem kann man das dann auch noch essen nachher wir geben jetzt dazu sagen wir 50 gramm sonnenblumenkörner und kürbiskernkerne dazu und das hier habe ich aus meinem von meinem zitronenbaum geerntet könnte ich eigentlich komplett rein geben aber ich denke mal eine halbe zitrone reicht auch aus wie gesagt da gibt es eigentlich kein rezept zu jetzt werden wir das ganze erstmal zerkleinern so dann schauen wir mal jetzt bin ich mal gespannt ob man das jetzt andünsten noch oder ob das jetzt so ist sieht schon mal auf jeden fall ganz gut aus weil die ganzen sachen die man halt auch so sagen wir mal so von der natur geschenkt bekommen ja warum soll man die nicht nutzen und vernünftig nutzen sinnvoll nutzen und so weiter und gerade das ist ja auch ein geschenk was wir bekommen so selbstgemachte gebühsebrühe ich würde jetzt noch mal ein bisschen zu feiern haben ja sagen wir mal so jetzt bin ich gespannt ich denke mal wenn wir dazu als art pesto lassen werden wir es nicht kochen nur halt jetzt öl zu geben und fertig so sieht das ganze aus aber ohne öl noch es ist ein bisschen mit pesto guck mal wie es schmeckt ja also es hat schon gerisch schmeckt schon stark nach petersilie würde ich sagen und jetzt so in kombination mit dem mit den körnern und dem schwarzen sesam zitrone schmecke ich auch raus ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr feuer rein geben ich mag es ja gerne scharf was ich mir auch gut vorstellen könnte wäre wenn ich bei der zwiebel noch ein zwei knoblauchzehen dazu gegeben hätte und hätte die auch mit angegünstet ich glaube das hätte noch mehr noch wem noch mehr wumms gegeben ich weiß gar nicht kann man das im nachhinein noch reingeben auf jeden Fall geil doch aber noch ein bisschen mehr kräutern gesucht ein bisschen mehr schärfe aber mit dem Knoblauch muss ich mir beim nächsten Mann mit überlegen Knoblauch fehlt wirklich ich liebe ja Knoblauch in allen Variationen und ich gebe jetzt einfach noch mehr Zitrone rein obwohl die leichte Note von der Zitrone war auch nicht schlecht vielleicht ein bisschen noch ein bisschen Salz fehlt noch halt stopp Salz fehlt noch vom Geschmack her ja der Knoblauch fehlt wirklich der fehlt noch der fehlt noch so jetzt gebe ich noch Öl dazu jetzt oh ich müsste ja messen halt stopp ich muss ja wieder messen das heißt ja wieder flastender Highliter ja keine Ahnung weiß ich manchmal wirklich eine Winschrezepte irgendwie kreieren also ich habe jetzt hier mal 30 Gramm jetzt sind wir schon mal 36 dann machen wir auch 40 Gramm Öl hier machen wir 50 dann schwimmen den schöner fertig dann könnt ihr da wunderbar zu Nudeln essen zum Beispiel oder ihr gibt zum Beispiel eine Tomatensuppe das ist hier guck mal ich habe schon hier ganz viele Tomaten ich liebe Tomatensuppe aber da muss dann auch eine Kartoffel noch mit rein da kommt Knoblauch mit rein und ja schauen wir mal so bei 50 Gramm war eine gute Entscheidung die Konsistenz ist perfekt jetzt probiere ich nochmal gerade Knoblauch fehlt ja aber ansonsten geil meint ihr eigentlich ich könnte jetzt noch Knoblauch dazu geben schreibt mal gerade rein ob man jetzt noch Knoblauch oder könnt ihr kann man überhaupt schreiben wenn man zusieht jetzt habe ich gerade noch einen Pfefferkorn gewissen genial frischer Pfeffer ich probiere das jetzt einfach mal Knoblauch ist wirklich Knoblauch fehlt jetzt habe ich alle den Knoblauch weggegessen am Wochenende super toll super jetzt habe ich keinen Knoblauch mehr zu Hause aber ich gebe noch so einen Pfeffer dazu so und noch ein klein wenig Pfeffer so so und noch ein klein wenig Pfeffer so gerade gucken so ach während der Zubereitung ja klar ich habe aber jetzt keinen Knoblauch die haben irgendwie den Knoblauch weggegessen am Wochenende ich war nämlich am Wochenende weg hier und ja schad da ist sofort der Knoblauch jetzt habe ich so viel das sind ungefähr ein halber ja so viel ist es ungefähr ein halber Liter Pesto so ich weiß nicht ob man es sehen kann man kann das gar nicht sehen so und wenn ihr das verwendet hier sieht man das Pesto Girsch Pesto und wenn ihr das verwendet entweder direkt frisch verwenden oder halt in ein Glas füllen ein sauberes Glas füllen und dann immer sehen dass oben eine Schicht Öl drüber ist ich denke mal eine Woche könnt ihr das auf jeden Fall im Kühlschrank lagern stimmt Knoblauchpaste oder Granulat hast recht das könnte ich noch haben weil Knoblauch fehlt zu Girsch ich würde sagen Knoblauch passt muss einfach weilen ach das habe ich hingekommen da Knoblauch und Kräuter da habe ich es hier habe ich nämlich noch was da ist nämlich Knoblauch drin und Kräuter noch dazu ich liebe Kräuter ich liebe Kräuter vor allen Dingen letztens hatte ich mit Gänseblümchen hatte ich was gemacht lecker du kannst Gänseblümchen wunderbar essen obwohl da würde man würde man jetzt die Gänseblümchen wegnehmen die sonst Marias Kühe essen aber die paar Gänseblümchen die man jetzt halt als Mensch halt isst so fertig jetzt kann ich mir nämlich überlegen heute Abend gibt es nämlich Tomatensuppe oder halt ich könnte auch jetzt Nudeln machen mit dem Pesto aber je nachdem darf ich dann halt bei uns zuhause gar nicht sagen was für ein Pesto das ist es ist einfach Pesto wenn ich jetzt sage Girsch Pesto da fragen die alle wahrscheinlich wenn das das denn kennen wir nicht wollen wir nicht nee bei der Kürbissuppe war nämlich genau so habe ich auch gesagt das ist Möhrensuppe da waren zwar auch ein paar Möhren drin klar aber gut stimmt ich friere meine Pestos immer in kleine Gläschen ein das ist auch eine gute Idee wie ist das dann mit dem Öl wenn das wieder auftaucht nachher ist das okay von der Konsistenz da würde mich jetzt mal interessieren also Pesto habe ich jetzt noch nie eingefroren nee stimmt könnte ich eigentlich auch mal machen hier wenn man gerade gucken ran hatte ob man das machen kann ja schön dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns demnächst nochmal wieder bei einem live ist mir nämlich eben spontan gekommen wo ich gedacht habe nach komm Girsch so ein fantastisches ja in Anführungszeichen Unkraut aber doch kein Unkraut und vielleicht sind viele die wollen das einfach nur weg haben aus dem Garten aber es gibt auch sogar im Kukidu gibt es auch sogar Thermomix Rezepte mit Girsch entweder jetzt sogar eine Kirschlasagne gibt es da Kirschlasagne gibt es da sogar und ich sehe gerade die Renate schreibt hier es hätte eine ganz normale Konsistenz wenn man Öl auftaut ja perfekt ich probiere das doch einfach mal aus weil ich friere ja auch wenn ich wenn ich Frischkäse selber mache friere ich den ja auch ein und er hat eine perfekte Konsistenz beim auftauen viel viel besser als der gekaufte die man einfrieren könnte ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und jetzt Kaffeemaschine geht jetzt aus ich kann schon immer tschüss sagen richtig ja mal gucken vielleicht mache ich demnächst mal ein live und kann die Fragen beantworten die ihr vielleicht mit dem kleinen Frequenzhelfer den meinen kleinen Wellnesshelfer hat weil das sind auch so Sachen viele denken immer ach das ist ja nur ein Plastikteil was ist das denn für ein komischer Driss ne ich hab wirklich ich bin jetzt ein Jahr dabei und hab wirklich so viele positive Erfahrungen gemacht und hier war ja auch eben grad ich weiß nicht ob sie jetzt noch drin ist hier Maria auch mit drin die hat wirklich die Wendetfrequenzen auch bei ihren Kühen auch an im ganzen Stall und das ist so faszinierend weil Tiere ich hab das ja auch bei meinen Tieren auch gemerkt Tiere kannst du nicht manipulieren der Mensch fragt direkt immer Öl Plastik oder was weiß ich was soll das sein ich kann das nicht fühlen ich kann das nicht riechen ich kann das nicht schmecken ok Mikrostrom kannst du spüren das schon aber für die ist das alles ein bisschen Humbug aber ja das Leben hat mich eines besseren belehrt und ich sehe es immer wieder und es ist absolut spannend was damit los ist jetzt am Wochenende war ich ja jetzt wirklich von Freitag an bis gestern Abend war ich ja weg da hatte mein Papa nicht seine tägliche Dosis bekommen und was war der Zucker haben sie wieder nicht runtergekriegt ja und wie ich jetzt in Stockholm war war ich auch ja war ich auch ein paar Tage weg da hat er auch nichts mehr gemacht war auch der Zucker wieder so hoch so jetzt jetzt probieren wir wieder zwei drei Tage bis wir den Zucker wieder auf ein Level runter haben und dann ist er doch wieder gut aber das hat mir jetzt schon wieder gezeigt wo ich sagte boah jetzt war ich wieder weg hat er wieder seine Dosis nicht bekommen äh jetzt haben die den Zucker wieder nicht runter gekriegt das ist schon krass bis dann ciao ciao